Nach dieser äußerst speziellen Erfahrung, äh, gucken wir jetzt mal, was wir jetzt machen. Äh, ich hab hier so ein bisschen was, ich mach das mal weg, sonst ist die Eda so laut, ähm, zumindest am Anfang. Äh, ich hab hier ein bisschen was auf der Liste, also erstmal können wir jetzt zu General Atomics gehen und das endlich weiter oder das endlich abschließen da, weil wir haben jetzt diese Galeria-ID-Karte, die wir brauchen dafür und wir sind jetzt gerade in Südbosten. Ne, Eda? Äh, und wir wollten auch nach Eastbosten in diese, in diese School da, in die Schule. Ähm, aber ich seh gerade, wir haben auch, was hab ich denn da für ein, was hab ich denn da auf der Karte markiert? Achso, da unten. Ja gut, das können wir erstmal. Ich will das machen, wir gehen da auch runter. Keine Sorge. Ich möchte es nur, wo ist denn die Markierung? Ein Sonstiges wieder? Vermutlich, ja. Ich mach die nur nochmal weg, weil mich stört das ein bisschen, dass das da markiert ist. Äh, ich seh aber grad, wir haben hier so richtig viel noch nicht entdeckt. Unten. Ähm. Was, was ist das denn da? Das ist irgendeine Kanone. Okay. Also ich, ich würd jetzt mal hier geradeaus nochmal gucken, was hier noch so alles ist. Wir haben hier noch voll viel nicht gesehen. Oh. Guck mal da. Die würd ich vielleicht auch mal, äh. Ja, die greifen wir uns auch schon an. Aha. Geil. Oh, okay. Ne, ich wollte eigentlich das Watz anmachen. So. Mal gucken, ob ich die so krieg. Okay. Ne, krieg ich nicht. Direkt er da hier. Yay. Wie komm ich denn an die ran? Äh, wie komm ich denn an die ran? Oh, da hat er ja grad den Kopf gemacht. Oh, hallo. Guten Tag. Alter. Ich will nur die Dings haben hier. Alter. Ich zieh mir grad voll viel ab. Ich bin irgendwie noch nicht drin in der Folge. Äh, ich geh mal eben aus dem Weg. Moment. Was, wo? Ah, okay. Ich dachte, das wär... Ist irgendwo was hochgegangen. Da, guckt! Geil, ey, da. Wer ist denn da? Wen schießt ihr denn ab? Ach, die. Diese Person. Okay, komm, ich kill die eben. Ist nichts Persönliches. Wie hat der denn grad geschossen? Naja, jetzt schießt er auf jeden Fall gar nicht mehr. Nein, fall nicht rein ins Wasser. Nein, nein, ich will dich looten. Shit. Ah, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Da hinten läuft noch einer. Ich muss mich eben... Ich muss mich eben heilen. Was, 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 was? Oh Gott. Ich bin da, war auf... Ich hab das grad irgendwie ein bisschen zu... Die leichte Schulter genommen. Oh Mann, jetzt ist der da reingefallen. Und der hatte noch... Da, da, da schwimmt er doch. Krieg ich den so gelootet noch? Ich will nicht ins Wasser. Dann muss ich hier wieder hochkommen. Ich möcht das grad nicht. Okay, komm, scheiß auf den Loot. Kein Bock. Ähm. Irgendwo läuft da aber noch jemand. Da. Okay, steht. Hier drüben. Ja, kill die mal. Ich will den Kopf nochmal sehen. Ja, ja, sie lädt ihn auf. Doch, keine so große Bedrohung. Ah. Ah, ah, schon getötet. Ach Mann. Jetzt hab ich ganz... Was war das? Im West... Stand irgendwas. Ähm. Jetzt hab ich ganz umsonst die Erfahrungspunkte aufgegeben. Aber hier gibt's ordentlich Loot bei denen. Ich glaub, die haben die aber schon mal gekillt. Oder? Lebensmittelpaste. Aha. Was haben die denn hier geschützt oder gemacht? Haben die hier gedealt oder was? Was ist das hier? Nichts. Ich dachte, hier wär vielleicht was Besonderes drin oder so. Weißt du, wenn so ein Grüppchen Raider irgendwo steht, dann ist da manchmal auch was Besonderes. Aber hier wohl nicht. Nur ein Grüppchen Raider. Gut. Ähm. Die Leiche ist wohl weg. Äh, ist irgendwo hingeschwommen. Egal. Aber die da drüben loot ich noch. Komm ich hier hoch? Ja. Ah, das geht... Ist auch kurz vorm Hochgehen hier. Hä? Wo ist sie denn? Ist die auch ins Wasser gefallen? Nein? Och. Och, Menno. Oh, das da hinten sieht schon imposant aus. Ich mein, ich weiß ja, was das ist. Ihr wisst es auch, ne? Also ich weiß das natürlich. Also es ist klar, dass es die Bruderschaft ist. Ähm. Da. Jankz... Ah, ne, Jankze? Heißt das so? Von der Bruderschaft? Ist das da... Heißt das Jankze? Was ist das da hinten? Das da? Ne, ich wollte eigentlich... Ich kann ja nicht ranzoomen weiter. Okay. Hm. Es gibt hier viel zu entdecken, Leute. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen. Auch wenn schon... Es ist halt Nacht, ne? Das suckt ein bisschen. Aber gut. So, gut. Äh, was... Hier unten auf der Map sind tausend Sachen drauf. Äh, erstmal haben wir hier vorne anscheinend eine Fabrik. Und hier ist irgendwie ein Gelände. Da will ich mal gucken. Gibt's hier? Gibt's hier irgendwas Interessantes? Richtig eng besiedelt hier. Ist natürlich ganz cool. Also ich würde jetzt hier erstmal ein bisschen rumlaufen, bevor wir dann zu General Atomics gehen und so. Ähm... Weil das ist ja hier wirklich interessant. Grinit Brauerei. Oh, guck mal. Die Supermutanten sind wieder da. Äh. Äh. Hä? Kennen wir die nicht schon? Ne, das ist die andere Brauerei, ne? Wo haben wir denn den... Den Buddy her? Was war das für eine Brauerei? Warte mal. Ich kann das ja mal eben nachgucken. Weil ich hab die Aufgabe von dem noch, ne? Da braut sich was zusammen. Hotel Rexford. Braumaschine. Ne, ich möchte das mal eben... Kann ich da rüber gucken? Warte mal. Kann ich denn hier... Kann ich nicht? Kann ich nicht nach unten gucken? Schick den Saufkumpan zum... Ja. Braumaschine. Ich weiß nicht, welche... Welch... Woher wir den hatten. Aber es war auch eine Brauerei. Ja, die ignoriere ich jetzt mal. Wie oft soll ich die denn killen? Oh. Aber dich ignoriere ich nicht. Dich... Du bist mir im Weg. Da möchte ich nämlich dran vorbei. Okay. Oh, ich kann auch einfach... Genau. Das kann ich auch machen. Guck, du, du, du. Ein bisschen Terror hier. Sehr gut. Gut gemacht, Ada. Ey, das ist cool. Die schießt und lädt dabei den Kopf auf, ne? Also ihren Kopf. Das ist, äh... Richtig cool. Hallo? Da ist eine Treppe. Da kann ich hoch. Ach, geht doch. Okay, hier ist nichts. Meistens ist in sowas immer was drin. Deswegen bin ich hier reingegangen. Es ist schon ein bisschen dusch da, ne? Wir hätten vielleicht ein Nickerchen machen sollen vorher. Wäre Farbdosen. Das ist nicht so interessant. Nee, ich geh da jetzt nicht hin. Oh! Äh, vielleicht doch. Ich kann die ja jetzt nicht da überleben lassen, oder? Komm. Ich glaub... Ah, lass die Türen immer nach innen aufgehen müssen. Vielleicht kann ich sie ja dann... Oh, nee, ich wollte springen. Ja. Vielleicht kann ich hier irgendwo ein Nickerchen machen. Bei denen. Ja, komm mal rein. Und zeig uns mal deinen Laserkopf. Komm. Guck mal, sie ist schon dabei. Sie ist aufgeladen. Siehste? Komm, ich will's sehen. Oh! Hat die mich grad getroffen? Das war irgendwie strange. Okay. Ähm... Aber ich glaub, sie hat jemanden umgebracht. Ich mach mal eben hier frei. Ich guck mal, ob hier irgendwo eine Matratze ist. Dann mach ich mal eben das... Tag! Ich mach mal schnell Tag! Hat die alle gekillt? Sind die alle weg? Come on, echt? Oder... Ach ja, hier, zwei Stück. Boah! Die ist schon eine ganz schöne Kampfmaschine jetzt hier, Eda, ne? Meine Güte. So, habt ihr hier irgendwo eine Matratze oder so? Das hab ich alles gelootet schon, ne? Hä? Hab ich nicht gelootet? Okay, dann hab ich das vielleicht übersehen. Das ist keine Matratze. Das ist... Weil ich hab doch hier schon drüben kaputt... Alles kaputt gemacht. Ich war hier schon drin. Bei denen. Ganz sicher. In irgendeiner Folge. Vorletzten. Vorvorletzten. Oder irgendwann. Keine Ahnung, wann das war. Aber die haben ja auch nichts zum Pennen. Okay, ja, dann müssen wir sonst im Dunkeln weitermachen. Ich hatte halt gehofft, ich kann euch ein Tageslicht verschaffen. Das ist immer ein bisschen schöner anzugucken, find ich. Ähm... Oh, Superkleber. Ähm... Aber dann machen wir das jetzt halt nicht... Oh! Oh! Okay, das nehm ich auch. Komm mir aus. Ja, gut, okay. Aber wir haben die jetzt gekillt. Immerhin. Dann nerven uns... Nerven sie uns nicht mehr. Hm. Oh, war das. Braminschädel. Ja, gut. Doch, man kann sowas natürlich auch mal mitnehmen, ne? Für die Deko in Sanctuary zum Beispiel. So, ja, wollen wir in die Grenade-Bauerei rein? Ich möchte gerne... Aber erst nochmal, glaube ich, gucken... Wegen den Orten... Also, was hier noch so drum ist. Komm ich hier nicht raus? Ich bin hier irgendwie gefangen. Ich bin gefangen. Homeplate. Gemütliches Kissen. Nicht aus dem Müll. Wo bin ich denn jetzt hier... Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich bin doch von da gekommen, oder nicht? Mann. Warte mal. Hier ist ne Tür. Die gehen immer nach innen auf. Das nervt. Okay, ähm... Das hier ist die Grenade-Bauerei, oder wat? Offensichtlich. Wenn wir die mal eben angucken. Oh, da ist auch irgendwas los. Oh, da ist auch was los. Oh, hier ist so viel zu entdecken. Okay, das ist die. Okay. Ich gucke mich aber erst noch weiter um. Weil hier ist auch noch interessant. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Und dann können wir nach und nach hier in die Gebäude reingehen, würde ich sagen. Was? Ich werde sein. Hallo. Ich bin das Vollein von Marzipan. Guten Tag. Also in dem Fall Jackie von Red. So heißt dein Charakter hier. Ey, ich bin der Ring vor dem und ich treffe den nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich bin die Batz-Fall. Ey, hallo? Restaurant grünet. Okay. Gerade entdeckt. Verstrahltes Blut. Ein Restaurant. Okay, hier sind also Mutanten drin. Und ich höre da auch noch einen meckern. Da. Genau, lad mal nach. Voll das Auge weggeflogen. So. Okay. Mhm. Oh, Schornpatron. Sehr gut. Oh, Kornkorken. Schornpatron. Hey, das ist ja hier richtig. Hier ist ja richtig viel los. Oh, die Türen gehen wenigstens nach außen auf. Aber hier ist noch was. Sieht aus wie ein Polizeirevier oder sowas. Farm der Deutschen hat sich erfolgreich... Hä? Ach, das habe ich... Ach, ja, weil ich ja zurückgemacht habe. Wegen dem... Ähm... Wegen der Qualitätssicherung da. Ja. Ich habe gerade gedacht, hä, haben die sich nicht schon erfolgreich verteidigt gehabt? Na gut, okay. Dann haben sie sich jetzt noch auf erfolgreich verteidigt. Egal. Ähm... So. Oh, guck mal da. Schau mal eine an. Ach, die war gar nicht... Die hätte habe ich gar nicht entschärfen müssen. So, wo ist das denn hier irgendwo? Ich kann nochmal hier ein bisschen den Pip-Poi anmachen. Auch wenn das Licht grün ist. Ein bisschen ungenehm. Sieht man immerhin etwas mehr. Wo ist das denn? Wie muss ich denn da lang? Was hängt denn da? Ist da was in der Luft? Ach, nee. Mit dem grünen Licht ist das alles so komisch. Notfrequenzsignal gefunden. Das kenne ich noch nicht. Glaube ich. Sender einstellen. Steht man kaum. Gucken, ob es lauter wird. Ich höre es nicht so richtig. Irgendwas mit Armee. Polizeirevier Südbosten. Wo ist das? Hier? Nee. Warte mal, hier höre ich es gerade besser. Ich gehe mal hier ein bisschen hin. Begeben sich bei Problemen mit dem Militärkonfolger mit Boston, die Koordinatien, die hier im Reisparten für Notfälle. Was ist mit Notfälle? Notfälle. Da ist nichts mehr. Was machst du denn? Nochmal. So ist es nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee angehörende Familienmitglieder abgewiesen. Okay. Ach, das ist Dingens. Ist das die Bruderschaft? Wiederhole. Hallo? Kommt nichts? Jetzt kommt das nicht mehr, oder was? Ich habe was gehört. Das ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 1, 7, Echo Charlie, 9, sind in Tafel. Ich schätze, sie hat recht. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südbosten. Die Koordinaten finden Sie in Ihrem Reisparten. Militärkontrollpunkt Südbosten. Okay. Südbosten. Hier wird aber gerade nichts auf die Karte gepackt. Ach, das ist das Polizeirevier. Oh, nee. Okay. Ich mache es jetzt aber erstmal nochmal aus. Weil wir wollen hier rein. Da oben ist auch voll viel los. Ich gehe erstmal hier rein. Südpolizei. Polizeirevier Südbosten. Mal gucken, was da drinnen los ist. Das ist, weil er das jetzt so oft wiederholt hat mit dem Südbosten. Ich habe mich jetzt verhaspelt. Oh, hier ist er nett drin. Oh, die Ere ist so laut. Wenn ich, wenn die... Ah, Telefon. Die Vergangenheit sorgt immer wieder für interessante Funde. Hier. Nö, 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 nö. Oh, hoffentlich ist die Musik kriege ich nicht geclaimed. Wo ist denn hier das Radio? Da, ich mache das mal aus. Weil, ein bisschen Angst. Hier ist auf jeden Fall wieder was zu lesen. Ein bisschen was zu saufen. Sehr schön. Und, äh, ja, hier so ein... Mhm. Und der Exit ist versperrt. Alles klar. Äh, da ist auch ein Terminal. Jetzt ist die Frage, welchen gucken wir uns zuerst an. Ich nehme mal den hier. Den vom Empfangsdingens. Polizei Revier Südbosten. Beweismittel-Terminal. Oh, das ist bestimmt was für... Ähm... Nick Valentine. Oh. Fall, äh, Connys Aufzeichnung schwerer Fingerabdrücke. Passend zu Fingerabdrücken. Okay, das ist alles Beweiskram. Da, Karte aktualisiert. Okay. Holoband-Aufzeichnung. Verliehen an Polizeirevier Quincy. Officer Hart. Beschlagnahmt von Deputy Gold. Sheriff Dienst. Okay. Keine internen Untersuchungen seit Datei nicht. Okay. Whatever. Kognath-Lendenschurz garantiert. Objekt 1 Beweismittel zurückgegeben an. Kriegsarxt garantiert. Authentisch zurückgegeben an. Hä, sind das Sachen, die wir kriegen können? Vincents Aufzeichnung. Gewaltanwendung mit Körperverletzung. Eine Fotosammlung des Opfers. Verliehen an Büro des Staatsanwalts. Kontakt Angela Hammert. Zwei Schlagringe verliehen an Büro des Staatsanwalts. Ein Baseballschläger verliehen an Büro des Staatsanwalts. Ist das das, was wir hier mit, ähm... mit unserem Begleiter eigentlich hätten einsammeln wollen? Kann das sein? Ein Band mit Aufzeichnung der Überwachungskamera aus der Sparkasse Commonwealth. Status in der Asservatenkammer des Polizeireviers Südbostenschrank. Okay. Das sind alles Infos, die wahrscheinlich wichtig sind, ne? Also, wo wir Sachen finden können. Das ist ja interessant. Warte mal, wir haben aber... Die Karte hat sich aktualisiert. Ich möchte mal eben schauen, was sich da aktualisiert hat. Aber wir haben so viele offene Stellen. Ich weiß jetzt wirklich nicht. Das hier wahrscheinlich, ne? Polizeirevier Quincy. Das ist wahrscheinlich... Wir folgen diesen Polizeirevieren und dann entdecken wir immer mehr. Da bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas jetzt ist. Ob wir hier irgendwas finden von dem, was da drin stand. Ich glaube aber, Südbosten stand jetzt nicht bei, ne? Ich war jetzt nicht so aufmerksam. So, was ist denn hier auf dem Klo los? Nichts. Okay. Hier ist auch nichts drin? Doch. Alles klar. So, dann lesen wir hier mal, was hier entsperren. Ach, hervorragend. So. Oh, da sehe ich ja direkt schon voll viele Klammern hier. Sehr schön. Gilt die nicht auch? Ja. Die gilt auch. Ich habe gleich nur noch einen Eintrag, Leute. Was ist hier los? Komm, das wäre so lustig gewesen. Okay, drei sind aber auch echt wenig, also... Er schafft. Ja. Türfernsteuerung? Für? Geschlossen. Tür öffnen. Okay, es ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Ach, hier. Okay. Ah. Todesschützenmelone. Aha. Ja, das ist irgendwie aber nicht so ganz so interessant hier irgendwie. Was soll ich denn damit? Oh, Schreibmaschine. Damit kann ich was anfangen. Ah, offensichtlich. Sind bestimmt Schrauben... Oh, mein Gott. Ah. Okay, der läuft an mir vorbei. Ich nehme mal den. Watz, watz, watz. Oh. Ah, ich wollte Erfahrungspunkte. Hm. Ey, da, du bist viel zu schnell mit dem Töten. Töt mal langsamer. Damit es auch mehr Spaß macht. Oh. Okay. Ein Protektron. Das ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Da liegt jemand. Oh, hier könnten wir schlafen. Okay, aber das müssen wir ja jetzt gerade eigentlich nicht unbedingt. Äh. Okay. Wand. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir... Oh. Winter-Holo-Band. Wiedergabe. Eddie Winters. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway, mörderische Mäzene. Nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas. Die Bosner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren? Also bitte. Ganz offensichtlich haben Sie noch nie mit diesen Typen zu Abend gegessen. Die können sich kaum auf eine Vorspeise einigen. Und wenn es ans Bezahlen geht, schauen alle immer woanders hin. Die Bosse hatten ihre Finger im Honigtopf, das stimmt. Aber nicht so tief, wie sie uns ihr Glauben machen wollen. Eines aber haben Sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektoren Ennis Lenski wurde umgebracht. Aber Sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Nachdem er ihr mit einem großen Schraubenschlüssel den Schädel eingeschlagen hatte, hat Winnie, der irre Vanucci, ihre Leiche in einem Fass mit Salzsäure aufgelöst. Also schreiben Sie Ihren Folgeartikel. Und dann informieren Sie ruhig die Bullen darüber, dass die Mordwaffe an der Wand in Vanucchis Garage hängt. In der Prince Street 4. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Das ist eins der Holobänder, die wir sammeln sollen mit unserem Begleiter Nick. Oh, Hundefutter in der Dose. Geil! Das finde ich gerade noch viel besser. Okay, es ist also ein Holobond. Band. Holobond. Ähm. Ja. Cool. Ich weiß nicht, ob wir ihn da mal dazuholen sollten, anstatt das mit Ada zu machen. Ich bin aber gerade sehr gerne mit Ada unterwegs eigentlich. So. Dann machen wir jetzt hier noch den Protektorn. Den erwecken wir noch zum Leben. Free the Robots und so. Das mache ich nämlich immer. Auch wenn wir den jetzt nicht unbedingt brauchen, aber das mache ich irgendwie immer gerne. So. Einmal da und da. Ich probiere es mal. Ist ja nicht so ganz so schwer. Eintreffer kann. Also es ist wahrscheinlich bla. Okay. Dann muss es Team sein. Bin drin. So. Nee. Nicht einfach aktivieren. Wir wollen... Erste Hilfe. Ich weiß nicht, ob der uns direkt angreift, wenn wir den... Einfach. Ähm. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, sorry. Ja. So. Guten Tag. Hacken. Ah, okay. Und da kann ich dann halt... So könnte ich das jetzt auch. Abschalten. Selbstzerstörung einleiten. Oh, das ist gemein, oder? Das mache ich jetzt nicht. Er ist ja ein guter jetzt. Nein, ich wollte nicht hacken. Ich wollte mir die Waffe eigentlich wieder zücken. Pass mal hier auf, auf die Polizeistation. Ne? Achso, den können wir hier noch mitnehmen. Der ist noch gut. Krass. Okay. Eddie Winter. Dann haben wir jetzt die nächsten hier unten. Da können wir dann weitermachen. Aber bevor wir ins Polizeirevier Quincy gehen, würde ich wirklich, ähm, lieber, würde ich wirklich lieber, ähm, Nick dazu holen. Das finde ich irgendwie besser. Weil der reagiert ja dann auch auf die Sachen. Und das ist ja dann bestimmt schon interessanter als mit Ada. Okay. Hier haben wir dann alles, ne? Das musste ich eben machen, sorry. Ähm. Ja, gut. Interessant. Das ist also diese Geschichte hier. Äh, gehen wir aber wieder raus. Ähm. Gucken wir mal weiter, was da noch ist. Achso, das ist die Lampe. Ich dachte gerade, was ist das für ein Geräusch? So, was ist das? MTH? Irgendwas dahinter? Da möchte ich dann auch nochmal hin. Oh. Oh, Ada. Geht's dir nicht so gut? Ada. Ada ist im Polizeirevier gefangen. Ah, er wird schon gleich da raus spawnen. Ähm. Was ist denn hier, wo die Raider eben mit uns gesprochen haben? Dann möchte ich mal eben hier auch noch ein bisschen Partleute töten. Kann ich hier... Nee, da kann ich nicht dran vorbei. Okay. Wie komme ich denn zu den Raidern hin? Damit ich die umbringen kann? Muss ich da hier drum rum gehen? Ja. Nee. Aber wir sind's. Bam. Ja, Moment. Hier war ich auch schon mal, oder? Oh. Cheaterman. Naja, gut. Die Erfahrungspunkte habe ich hoffentlich... Oh mein Gott. Ja, Ada, mach das mal. Los, kill die. Mit deinem Kopf. Ich will's sehen, ich will's sehen. Okay. Sehr gut. Hier waren wir schon, oder? Nee, können wir noch gar nicht. Was kommt mir so bekannt vor? Doch, wir waren hier schon. Warte mal. Ja, hier ist doch der... Warte, hä? Doch. Nee. Hier können wir ja noch nicht gar nicht gewesen sein. Was ist das hier? Aber es sieht einfach original aus. Aber gut, die sehen ja immer alle irgendwie ähnlich aus, diese Raider-Orte. Was ist denn das da oben drauf? Was ist das hier? Ach, das ist eine alte Statue. Zerschossen. Okay, spannend. Mal eben hier ein bisschen alles wegluten. Okay, hier gibt's gar nichts zu looten, oder was? Was soll das? Ja, so ein paar Sachen. Schon? Wo ist denn die andere Leiche? Wo ist sie denn? Ich seh sie wieder nicht. Hä, war noch eine dritte? Nicht blind? Was sind die beiden? Hab ich nicht da jemanden gekillt? Okay, egal. Ähm... Okay, außer ein paar Bettchen ist hier nicht so viel. Doch hier. Fusionskern. Du trägst zu viel. Hm, okay. Ada? Ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Ja. Ich hab gefunden, was ich suche, in Anführungsstrichen. Ich muss dir was davon abgeben. Das kannst du haben. Die nimm mal mit. Und das. Und das. Und das. Und... Dir mal einen ganzen Schrott. Also... Ada ist... Ada ist schon irgendwie so mit... Der beste Begleiter, ne? So was so... Tragekapazität, Waffen und alles angeht. Die ist schon echt hardcore. Ich finde das schon echt ganz angenehm. Ich finde die halt nicht so... Ja, die ist... Ja, also die anderen geben manchmal einfach coolere Kontakte... Ähm... Kontakte. Gut. Coolere Kommentare irgendwie ab. So, ähm... MacReady und so. Oder Kate zum Beispiel. Ach, hier ist die andere Leiche. Also das ist einfach lustiger irgendwie. Aber, ey, da ist schon... Eine ganz schöne... Kampfmaschine. Zahnrad. Why not? So, gut. Ähm... Das war jetzt ein Zwischenstopp, aber... Da, hier ist irgendwas noch. Oh. Und schon wieder Raider. Okay, die Gurken hier auch hinterrum. Wo sind sie? Da drin. Endgrue Station. Okay. Ey, hier ist so viel los. Das ist ja krass. Hey, wer ist da? Ich bin hier. Ich möchte, äh... Hier irgendwie rein und euch töten. Wo komme ich denn hier rein? Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Ja, es ist... Wie lange willst du doch euch halten? Äh... Ich komme nicht... Ich komme nicht an euch ran. Verdammte Kacke. Ich wollte gerade sagen. Triff die bitte. Was werden die bereuen? Ha, ha, die ist auch... Ich glaube, da ist die richtig böse, die Ada. Richtig sauer. Das werden sie bereuen. Ich komme hier nicht rein, Kacke. Wo geht es denn hier rein? Oh, da ist ein Turret. Hier komme ich rein. Sehr gut. Oh, oh mein Gott. Oh, normaler Hund. Hm. Es tut mir fast ein bisschen leid, den zu töten. Ich sehe nichts. Oh, Ada. Das ist... Der Turret macht mich gerade fertig hier. Ah. Muss mal aus dem Schuss fällt. Ada. Töt den doch mal. Mach mal den Turret kaputt. Erst mal den Turret. Nee, erst mal den Turret. Komm. Fritzscher Treffer. Boom. Kaputt. Ja, wir werden siegen. Glaube ich auch. Ada geht gerade wieder ab. Guck mal, jetzt. Die ist schön. Das ist schon richtig fett, ey. Wunderrüstung. Stachelmaulkorb. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Oder eben noch nicht. Totenkopf. Jetzt geht sie wieder ab. Ich will es mir angucken. Guck mal, wie cool die ist, ey. Alter Falter. Richtig badass. Ja, Ada. Richtig badass. Ey, das ist ein richtiger geiler Ort hier. Oh, ein Terminal ist hier auch. Sehr gut. Können wir wieder was lesen, Yippie? Eine U-Bahn-Station. Ah, U-Bahn ist immer so ein bisschen anstrengend, finde ich. Ja, gehen wir aber trotzdem runter. Ich weiß nur nicht, ob sofort... Hier ist so viel los. Ich bin so gespannt alles. Ich will alles sehen. Da oben ist noch irgendwo jemand. Ich kill den auch gleich. Nur ich hab grad keinen Bock, da hochzugehen. Sie wird schon noch sterben. Terminal lese ich mir gleich durch. Komm, wir killen die eben. Ich find, das Gesabbel nervt mich. Wo bist du? Die... Die... Es geht die Musik... Da geht die Musik auch nicht mehr so ab. Legendärer. Oh. So viel zum Thema legendär. Oh, erschütterte Rohrzange. Chance auf Taumeln bei Treffer. Okay. Die haben sich hier richtig häuslich eingerichtet. Guck mal. Ist das... Das ist aber hier keine... Hier ist auch Werkstatt und alles. Das ist aber kein... Keine Siedlung quasi oder sowas, oder? Die Station hier. Wie hübsch das ist hier. Ich find das hier schon ganz schön. Kann man sich merken, das Örtchen. Okay, hier komm ich nicht rein. Cool. Ich mag das hier. Na gut, aber hier oben ist sonst nicht wirklich viel zu sehen. Hier kann man halt ein bisschen chillen. Das ist ganz cool. Ja. Das ist halt auch ein bisschen schön, muss ich sagen. Ey, da ist immer... Die finden das gut, wenn wir Sachen sammeln. Die anderen sind immer alle so ein bisschen genervt davon. Oh. Haarklammer. Rotes Kleid. Okay. Eine Haarklammer. Haben wir noch nicht so viele. Wollt mal nachgucken, wie viel wir haben, ne? Ähm, okay. Ist hier noch irgendwo was drin? Strohkissen. No. Ach, hier hätten wir auch reingekonnt. Okay, gut. Na gut. Ähm, dann wollen wir mal ein bisschen was lesen. Ne. Warte mal, waren wir schon auf Klo? Nein. Geil. Einer aus dem Weg! So. Gut. Was steht denn hier für eines? Terminal benutzen. Genau, setz dich mal in Ruhe hin. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja, brauche ich ja nichts machen jetzt, ne? Ach, ich könnte die Lichter da auch einschalten vermutlich. Ja, nun. Ähm. Andrew Station. Was ist denn? Hier ist doch noch so eine Station gewesen. War hier nicht noch so was? Da. Ich bin auf Orte-Entdeckungstour hier. Irgendwie. Da gab es Bock drauf. Das ist ganz cool. Ich meine, wir sollten da jetzt auch mal rein. Ich suche mir gleich was aus, womit wir anfangen. Aber ich glaube... Ist das weit? Sieht's halt nicht auf der Karte, ne? Es könnte halt auch einfach voll weit sein. Na, vermutlich ist das ein bisschen weiter. Ist irgendwo da drüben hier drin. Ja, das machen wir dann jetzt aber nicht. Da wird geschossen. Ich will mitmachen! Oh, hier ist ne... Gibt's anscheinend auch Hunde? Oh! Noch ne Red Rocket. Komm, wir machen da mal mit. Das interessiert sich gar nicht für mich. Warte mal, ich kann ja hier auch mal ein bisschen mitkillen. Guck mal, die töten sich alle gegenseitig. Ich kann auch einfach zugucken. Ist auch ganz angenehm. Oh, der geht gleich hoch, ey, da. Jo, sag ich ja. Wir mischen uns ein und töten einfach alles hier. Oh Gott, was ist denn da gerade explodiert? Ist da ein Hubschrauber... Ist da ein Hubschrauber gelandet wieder? Ist bestimmt Gunner oder so. Komm, ist alles gut, was der hat. Big Johns Schrottplatz. Die wollte ich zwar nicht abschießen, aber gut. Ey, da geht wieder ab gleich. Ach, da oben. Oh, Vorsicht. Mine mit Ada. Hat aber niemanden getroffen, glaube ich. Ey, hier geht ja voll die Post ab. Ich muss die Mini hier entschärfen. Wo ist sie denn? Sehe ich sie nicht mehr. Da. Ey, ich sehe die gar nicht. Bin ich gerade gestorben? Nein, okay. Oh, hallo. Ich wollte gerade sagen, come on. Nein. Wollte nachhören. Ey, einfach hier. Wir ballern einfach alles ab heute. Ey, ich treff den so nicht. Ich treff den so nicht. Ja, ich treff aber niemanden. Ich hab dich zum Werfen ausgerüstet. Shit. Moment. Ey, da geht ja jetzt gar voll die Post ab. Okay, Leute. Waffen. So. Los, Ada. Los, Ada. Boom. Ich muss da irgendwie rum. Ich komm so nicht an die dran. Wer ist da? Einer! Von wem werd ich gerade getroffen? Ach, da ist auch noch einer. Ja, ja. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, ich sollte mich mal heilen. Das ist schon ein bisschen grenzwertig. Äh, Whisky. Erstmal einen Schluck Whisky. Irgendwas Alarm. Schlägt da Alarm gerade? Von hier oben hab ich vielleicht eine gute, ganz gute Sicht. Oh, er hat sich gerade versteckt, Alter. Was ist denn das, was hier so ein Nerd macht? Komm raus. Komm, triff ihn. Ah, hallo. Ja. Alter. Puh, Fusionszellen. Elf Stück. What? Boah, ich will diesen Alarm ausschalten. Weißt du nicht, wo das ist? Irgendwo an einem Ausnahmengebäude bestimmt. Blöde Frau! Ich komm mal zu dir rüber, okay? Ich glaub, Ada ist down. Ich krieg von ihr nichts mehr mit gerade. Was ist das denn hier? Ein Knopf? Ist das ein Knopf? Ich weiß nicht, was gerade passiert, ehrlich gesagt. Das klang laut. Ich weiß nicht, wo der Alarm ist, ey. Ach, da drüben sind auch noch welche. Shit. Boah, wie viele Fusionszellen ich hier einfach bekomme. Scheiße, und wie viel Schaden ich gerade krieg hier. Wir müssen uns erschaffen. Ich geh mal eben zu Ada. Ich mach die mal wieder fit. Vielleicht find ich dann auch das. Ada, ich komm! Ich komme! In den Po! Weiter geht's! Mich nervt das Ding. Ich seh's nicht. Da oben läuft einer rum. Okay. Wow! Mhm. Boah, der hält aber viel aus. Komm. Ins Auge. Batz, batz, batz. Haha, genau so richtig vorhergesagt. Ist ja gut. Okay, so. Hier um die Ecke war auch einer. Hallo! Oh mein Gott. Okay, der ist ein bisschen trickier. Ah! Moment mal. Hey, ich wollte jetzt gar nicht so viel Action haben. Ich wollte mich da nur ein bisschen umsehen. Wut! Upsa! Ich geb dir mal was da rein. Hier, bitte. Oh, was war das? Das klang wie ne Rakete. Boah, der ist ein bisschen... Ist auch dumm, dass ich da so reingehe. Und Ada ist schon wieder down. Ada, kannst du mal bitte mit mir mitkommen? Guck dir zu viel ab. Ja, komm. Ich muss mal die da oben ein bisschen killen. Ich geh mal hier nach außen. Ja, die geben mir grad ein bisschen auf den Sack hier. Guck's her. Hey, hier ist voll die Mutantenseuche am Start. Was ist hier los? Kommen Sie runter. Ist aber hübsch hier. Oh, hallo! Äh. Ich wollte gerade sagen, entweder du oder ich. Einer stirbt jetzt. Ah, naja, komm. Ich weiß, ich bin grad ein bisschen... Äh... Risky unterwegs, aber... Da hängt es auch noch was. Ada Plünderei. Ja gut, der schießt mit uns gerade gegen die Superbrutanen. Das find ich gar nicht so schlimm. Was macht Ada denn hier? Ada, du kannst hier reingehen. Dann können wir die von hier drinnen, äh... treffen. Bitte, guck mal. Scheiße, lad nach, ey. Hey, du lebst noch, oder was? Was soll denn das? Ich hab dir die Beine weggeschossen, ne? Kann das sein? So, jetzt ist noch dieser Große. Der ist noch da. Dafür nehme ich mir lieber noch ein Stimpack. Oder ist er schon weg? Ne, da ist er noch. Ist das der? Ne, ist ein anderer. Ah, ich hab den in seinen Helm geschossen. Das war natürlich dumm. Komm, Ada. Komm doch mal rein hier, ey. Wumms. Höh. Okay. Ja, oh, ich hab Pulse. Ey, dieser Alarm. Den finde ich echt am schlimmsten. Ach, du warst der hier? Oder du? Ne. Oh, ich hab hier alles schon gelootet. Neet. 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 Wo ist dieses Ding? Das macht mich verrückt. Was hab ich da eben mit dem Knopf gemacht? Oh. Jetzt hab ich den von hier. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich will ihn hier erst aufräumen. Dann können wir die Folge beenden. Erst wenn ich aufgeräumt hab. Komm, den kill ich jetzt hier eben noch. Wo bist du? Alter. Oh, ich hab keine... Ich hätte vorher mal nachladen können. Ja, ja. Okay. Okay. Okay, scheint aber gerade keiner mehr da zu sein. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Wollte nur mal gucken, was da für ein Loot drin ist. Das ist irgendwo hier. Hey, macht mich fertig gerade. Okay, aber es ist ruhig jetzt, wa? Haben wir geschafft. Ich guck nochmal auf den Knopf, weil ich jetzt... Ach, damit mach ich das Tor auf und zu. Ist ja abgefahren. Ist ja cool. Was ist das denn für ein geiler Mechanismus, Leute? Das ist ja eine geile Idee. Fährt das Auto in die andere und das andere in die andere Richtung. Gehen wir mal gucken. Ich find den Alarm nicht, ey. Ich seh ihn einfach nicht. Okay, den haben wir gelootet. Und hier komm ich jetzt durch? Tatsache. Wie cool. Das ist ja Hammer. Hier oben war auch noch einer drauf irgendwo. Da. Ah, ah, komm. Es ist aber nicht... Ist das der Schrottplatz? Es ist aber nicht der, wo wir hinwollten, ne? Wir wollten ja zu einem Schrottplatz. Der ist das nicht, oder? Was ist das für ein Geräusch? Ist das noch ein Turrent irgendwo? Ach, nee, das ist Ada. Boah, Ada, ey. Äh. Was ist das? Ist das ne... Ist das ne... Ach, das ist nun... Dings. Ich wusste gar nicht, dass die so klingen. Irgendwie süß. Ich dachte, das... Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein, ähm... Ne Todeskralle oder so. Ja, komm, ist gut. Ich muss mir das jetzt nicht ewig angucken. Hier ist richtig viel Nützliches am Start. Richtig geil. Hier kriegen wir richtig Loot. Okay, das ist ne Skelett. Das brauch ich nicht looten. Komm ich hier wieder raus? Ja, da ist ne Tür. Okay. Ich hab grad so ein bisschen Schiss, dass ich hier irgendwas gleich trinke, was voll riesig ist. Und dann direkt in dem nächsten... In der nächsten Geschichte drin bin. Ey, wo ist dieses... Wo kommt dieses Geräusch her? Ich such das dann zwischen den Folgen. Okay, das ist hier alles leer. Ich will zumindestens eben gucken. Und dann, ähm... Oh mein Gott, hab ich mich grad vor den Puppen hier erschreckt. Ich hasse das. Ich hasse euch. Nein! Das wollte ich nicht. Moment. Das wollte ich nicht. Äh, hallo. Ich wollte das eigentlich schlagen. Eigentlich wollte ich das schlagen. Eigentlich wollte ich so machen. So. Nochmal. So. Ich hab zu lange gehalten aus Versehen. Okay, hier ist aber jetzt nichts mehr wirklich, ne? Warte mal, hier waren wir noch nicht? Ah. Leute. War gar nicht so schlimm, dass ich so viele Stimpacks genommen hab. Ich krieg die alle wieder, ja? Ist ja super. Geht's hier noch hin? Oh. Hier ist ja gemütlich. Sogar, uh. Sogar der, die Patronen, die Munitionskiste hat's gemütlich, wollte ich grad sagen. Geschichten. Okay, ich mach's erstmal auf. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Du hast eine Ausgabe von Geschichten, ja, mhm, gefunden. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Ey, meine Preise werden ja immer besser bei den Händlern. Ist ja hervorragend. Hervorragend. Mutanten-Armschutz. Ah. Oh, Mini-Atombombe. Aber hier ist kein Nichts-und-Nickerchen-Machen. Ich hätt sonst jetzt hier ein Nickerchen drin gemacht. Ja, ich glaube aber, wir haben jetzt alles, ne? Warte mal, da unten rein noch. Oh. Oh, ich dachte, das tut weh. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, natürlich. Was ist das? Luftschutzkeller. Komm ich da denn einfach rein? Oder muss ich da irgendeinen Hebel betätigen? Ich guck mal. Okay, diese Falltür ist verschlossen. Dann guck ich mal, wo das Kabel hinführt. Da lang. Okay. Warten Sie. Da lang. Da lang. Und da dran ist das. Hier. Deckel des Stromkreises. Okay. Okay. Wo war das jetzt? In dem... In dem LKW drin. Oh, ist das alles spannend hier. Richtig cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, habe ich das gelootet? Ja. Bin mal gespannt, was da drin ist. Okay. Vielen Dank.